Jürgen Klopp hat sich in den vergangenen Tagen sehr viel anhören müssen. Vor der wenig aussichtsreichen Mission gegen Real Madrid gab es viele Aufmunterungen und jede Menge Tipps. Das Wunder sei möglich. Dortmunds Trainer hält von solchem Gerede aber auch rein gar nichts. Ich weiß nicht, wie viele Wunder passiert sind, indem man sie vorher angekündigt hat. Keine Ahnung. Ich glaube nicht so viele. Wir haben keine Berechtigung, ehrlich gesagt, davon zu sprechen. Ball flach halten, das ist die BVB-Devise. Kampfansagen gibt es keine. Es geht in diesem Spiel für uns zuallererst mal darum, in jedem Fußballspiel mit allem, was uns zur Verfügung steht, zu versuchen, es zu gewinnen. Und alle Ratschläge, von denen ich schon gehört habe, dass wir nach fünf Minuten idealerweise 1-0 geführen müssen, damit überhaupt noch eine Chance besteht, kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Weil auch dann wären es noch 85 Minuten, wenn du nachher alles falsch machst, ist das völlig wurscht, wann du führst. Die Hoffnung auf ein Weiterkommen ist bei Jürgen Klopp längst noch nicht erloschen. Im Hinspiel hatte seine Mannschaft durchaus Chancen. Und noch gibt es die zweite Halbzeit, wie Klopp das Rückspiel gerne nennt. In der Champions League geht es nur darum, den Zeitpunkt des Ausscheidens so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Letztes Jahr sind wir im Finale ausgeschieden sozusagen. Und dieses Jahr deutet eigentlich darauf hin, dass es im Viertelfinale passiert. Aber noch ist es nicht so weit. Denn da wäre ja noch Robert Lewandowski, der im Hinspiel fehlte. Schon bei dem Namen zog scheinbar ganz Madrid zusammen. Das Schreckgespenst kommt zurück, schreibt das Sportblatt Marca. Im vergangenen Jahr siegte der BVB mit 4 zu 1. Lewandowski machte alle vier Dortmunder Tore. Lewandowski will sich unbedingt einen würdigen Abschied in Dortmund verschaffen. Sollte erheblich dazu beitragen können, dass der BVB noch ins Halbfinale einzieht, wäre er für immer im Herzen der Schwarzgelben.